Ja, holen wir uns dann noch den nächsten Waypoint oder wollt ihr beim nächsten Mal Schwarzmoor noch mal komplett durch? Ich glaube an sich wäre besser, als wenn wir noch mal jetzt den Waypoint holen und dann fertig. Ja, den Waypoint würde ich auch... Weil wir schon abgeschlachtet haben hier alles. So da, Trade, was haben wir denn? 6 bis 11 Knüppel, Interesse, wer? Sonst noch irgendwas Interessantes auf dem Knüppel? Äh, plus 38% Enhance, Damage, das ist schon drinnen. Handschuhe, 3, Stärke plus 1. Mir. Gut, da kriegst du deine Handschuhe, bei der Tussi. Da hab ich endlich wenigstens auch mal was an den Händen. Ich hab auch mal Handschuhe. Ja, ist doch so. Liegen blaue Handschuhe, ey, ich hab doch keine. Klicke hin, fups und sie weg. Du spielst mit zwei verkackten Schwaben, wovon einer auch noch. Ja, wo der fucking Leathercloths mit Defense 2 anhat. Weiße fucking Leathercloths, die nichts bringen. Also so wie dazu. Das sind nicht wir, die hier alles weglooten lücken. Das seid ihr. Richtig, ihr seid ihr Schatz, wenn ich werbefügt. Weder Kara noch ich. Aber nur Leathercloths 3 zu Mana, wer will. Mana? Notfalls, geht sie bitte zur Händlerin und deckt euch ein. Ihr habt mehr als genug Cash jetzt. Kein Geld. Aber ausgeben, nee. Ja, aber mein Geld. Das widerspricht doch der... Hier Handschuhe, 3 und 2, also. So, wo wolltet ihr jetzt... Habt ihr euch jetzt nochmal ein Town-Portal oder durch das normale... Geht durch das normale Schwarzmoor-Portal, das reicht. Schwarzmoor. Black Marsh. Wo ist das normale Scheiß-Portal? Hier. Für die Leute, die es richtig installiert haben und nicht auf Deutsch. Weh, 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 weh. Gibt sich die hier nicht, das ist gut. Leider Gottes gab es die Option, bitte auf Englisch installieren nicht. Er hat es auf Deutsch installiert. Sonst sind auch Englisch in den deutschen Versionen drinnen, das zählt nicht. Da steht Club, das ist aber gar kein Club, das ist ein Knüppel. Dann ist er wieder planiert. Wo gehen wir jetzt hin? War 2 und danach links. Ah, da hinten auf der anderen Seite vom Wasser bist du schon. Hauptstraße entlang, da oben steht auch schon. Wie seht ihr beim Turm dort? Hauptstraße entlang, dritte Laterne links. Nicht den Penner ansprechen. Ich glaube, das sind nur die Items. Das ist aber kein Penner, sondern die. Hinter dir drei Marker wegen deinem Orb, wegen deiner Tussi, deiner Kranke. Soll ich auf die Rahmen rufen? Warte. Da. Das Geister war ja damals in der... Wir haben ja den Nekromanz gespielt, vor 1.09. Da konnte so 50 Skelette haben. Das waren noch schöne Zeiten. Da konntest du noch sehr gut die Leitung von anderen Leuten mitcrashen. War nur ein absoluter Fluch, wenn du mal das Townportel benutzt hast, weil deine 50 Skelette um dich verrufen gestanden sind. Oh, ist damit noch keiner. Ja nun. Alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? Nicht Kaffer. Der hat keine Vorteile, die hat nur Nachteile. Oh, der Sound ist immer noch höllisch laut. Mach ihn live auch. Es gibt eine Option, da kann man auch die Grafik zu höher stellen. Die Grafik zu höher stellen. So, zwei Stunden später, ne? Ja, das ist wie in Monkey Island mit der 3D-Beschleunigung. Nein, diese Option gibt es nicht. Nein, diese Option gibt es wirklich nicht. Brauch zu klicken. Sehr schön. Yay, Magic Find. Woot, woot. Ich habe eine 29-gerüstung, wenn wir haben will. Gibt's den Barben. Er berät sich sogar. Und, da. Die ist schon weg. Ich konnte nicht, wenn man zum Eindrücken ist das Ding schon weg. Ja, klar. Ich hätte eine Plus-2-Rüstung, falls der Parler was haben möchte. Also Plus-2-Stärke. Jetzt hast du hier hoffentlich noch mehr als einen Wert. Normale Rüstung sind 3. Nein, wollte der jetzt hinlaufen. Die hat nicht mal Rüstung. Wir müssen den nächsten Portal-Ding jetzt finden. Wir müssen jetzt, äh, Monastery Barracks. Wir müssen jetzt langsam zum Monastery hinkämpfen. Ich glaube, hier geht's fertig. Ja. T'amoah, Highlight. Über dir sind noch Gegner. Einige. Dann gehen wir noch die Gegner holen. Gegner holen noch. Ab in den Black Arsch und dann den Gegner holen. Im Schrei erschreckst du die armen Kerle auch noch. Oh, 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 oh. Feuer! Feuer! Ja, das Haus brennt. Brennen wir uns jetzt gleich einiger Zeit. Ruft 110. Jetzt kommt der Fang, wo du bist. Nee, 1 an 2. Da kann ich auch einen Gartenschlauch nehmen und löschen. Ich bin, glaube ich, schneller als unsere freiwillige Feuerwehr. Äh. Aber die Feuerwehr, die hat mehr. Ich bin nicht so schnell. Die müssen alle Eimer schleppen. Wenn unser Brandmeister bei der alljährlichen Inspektion, die er mal alle 10 Jahre macht, zwei Meter neben Hydranten steht, die Karte hat und da, hm, irgendwo hier musst du Hydrant sein und es ein Standhydrant ist, ne? Dann hat man kein wirkliches Vertrauen in die freiwillige Feuerwehr. Soll ich dir mal sagen, wer in, ich hab den Namen vom Ort vergessen, Hauptbrandmeister war? Ähm. Wüsste ich jetzt nicht. Kleiner Tipp, fängt mit T an. Hm. Da hat man mit Ilkner auf. Ja. Mhm. Sag genug. Ich liebe die mit euren Dorfkenntnissen da. Der Wahnsinn. Landvollsteig. Das ist keine Dorfkenntnisse. Das ist, Ilkner war Nachnamen von einem Kollegen von mir aus der Ausbildung. Allerdings halt nicht mit T, der hieß nur Ilkner, nicht Tilkner. Unsere freiwillige Feuerwehr hatten Chemiele. Ich glaube, das gilt nicht mehr als Dorf. Mann, das ist ein peinlicher Klingeltock. Ja, aber ich... Ja, aber ich... Und doch Kacka, was auch sonst. Ja. Das ist ein peinlicher Handybesitzer. So. Die haben dann noch... Bringt den Boden noch rum. So. Wo, da oben bei dir? Hier, für das Gebiet, wo wir drin sind. Nicht bei dir in der Bude. Oh, Leblanc. Sehr schön. Ja. Den Hammer ist hier. Nee, doch nicht. Ich hab's genommen. Ihr habt's alle schon volles Elementar. Hälschen die Hand und schmeiß es wieder hin. Nee, hab ich nicht. Oh, Regulation. Ich komm nur nie zum Looten. Schnell da. Hat der Schwabel darüber beschwert, dass er nicht zum Looten kommt? Ja. Grad der kann nicht zum Looten werden. Hä, er kommt nicht zum Looten, weil er sich immer auf das Gold stürzt. Und dann ist Blackout alles rüber. Nein, klitze, klitze. Werden wir mal abschlachten. Ich kann nicht noch mehr. Was wir jetzt dann sehen, wie guckt die Elf in den Spiegel. Was soll da mit Loot? Ich bin da, Jens. Oh, Manni. Blau, meins. Finger weg. Meins. Seid ihr da schon mal wieder vor Anwandungen? Anix. Hälpfer ignorieren. Das geht bestimmt vorbei. Oh, ich hab's nicht gehört. Oh, nein. Oh, nein. Die kleine Viecher schnachten. Der hat auch jetzt nicht gehört. Ich muss mir einen Hit wahrscheinlich. Ich hab ein bisschen wir. 36... Nein, 26- ja dass er mich trifft ok denk mir schon so schlechte chancen habe ich auch nicht wenn du anfängst zu singen wäre ich mir da nicht so sicher hier ist noch ein schreiender waffen und ist viel 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 zeug doch ganz viel zum abschlachten zur grube aber da sind die kinder wir haben das heißt immer noch nicht gefunden oder doch ich glaube jetzt gefunden oder der teilhaben und dann haben wir uns ich das scheiß portal hierher der bernst auch einfach bettknüppeln der einfrärende was schon wieder was gepoltert das ist ja so bspw zusammen mit ball ja der blauen Rumpf und er hat nicht vergessen ich wollte die man muss dann schützt sich immer los dann und ich würde es nur ich bin schon das Wort 22 Rüstung Brunnen um mit 3 7 10 Prozent und der Schritt ist bei Worn das ist immer so gut Wo bist du? Äh hier Ich hilf nicht zu Stopp! Hilf Kumpi Wo bist du hier? Nein, da! Weiter links! Oben! Das andere hier! Oben, da liegt aber viel oben. Nee, Schule ist sogar. Hat nicht jeder von euch nach Schule? Schule ist das einzige ordentliche, was ich anhab', glaube ich. Schönen Eindienst. Im Gegensatz zu meiner tollen Defense-Elf-Lederrüstung meiner Grenzen. Ich kann mir mal wieder mal Zeug verkaufen, das kann ich mir so finden. Äh, grauen. Die ist noch nicht mal weiß, die ist grau, die scheiß Armour. Fuck. Ja, das heißt, die ist gesockelt. Ach so, echt? Ach so, die hat zwei Sockel, stimmt. Ah. Na, das ist ja immerhin mal was Positives an dem scheiß Ding. Äh, ich hab Duduhelm. Plus ein Lykanthropie, plus ein Energie, und das Wichtigste, plus ein Lichtradius. Wow, ich glaub' ich bald mein. Der braucht denn bitteschön Lichtradius. Niemand, das ist einer dieser Stats, die absolut lächerlich sind. Genauso wie Gold aufsammeln, Reichweite erhöht. Ich hab so'n Charm, plus drei Stärke, für den wir haben. Ich schmeiß' ihn mal bei der Akara-Tusse hin, damit wir euch ja aussuchen können. Habt ihr jetzt das fucking Portal gefunden? Ne, ihr habt nur euer Town-Portal, oder? Glück hat mal den Town-Portal gezündet, dass man mal nach Hause kommt. Äh, den Kieferknochenhut würd ich gerne haben, danke. Ich wollte eigentlich vor ner halben Stunde offen, dann hatten wir gesagt, nur noch kurz das Portal finden, das war schon ein bisschen lang. Richtig. Ja, das Problem ist, nur noch kurz das Portal finden. Oh, ich bin eh tot, von daher. Ach, nicht seitdem ich hier zurückkomme, ne? Ah, ich hab die Kathedrale gefunden. Wo ist die Kathedrale? Da, wo ich tot bin. Da, wo Sam gerade umgefallen ist. Gut, oder? Dann droppt mal ein Portal, und... Woah, 7000 Gold! Lecker! Das lässt doch schön liegen! Alter, wenn du mein fucking Gold anrührst... Das ist so meiner fucking tot, das glaubst du gar nicht, Junge! Es stinkt nach Dämonen an dich auf. Ich sehe, wir haben noch das erste Duell heute Abend. Ey, wir können doch nicht in-game, oder? Ne, das bleibt nicht in-game. Dann geb ich dir nen Tipp. Nimm's schnell zu dir hin. Ja, ich warte, bis Greg das Portal aufgemacht hat hierher. Ist schon da? Das ist schon auf. Ach so, sieht man gar nicht, dass ich das habe. Wer hat dann das Gold jetzt genommen? Ich hab's nicht. Irgendwer hat's genommen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin gar nicht da. Ich hab nur 6.800 im Inventar. 7300, die hat die Feuerhaut. Ich habe nicht, nein, kein Gold genommen. Schick dich, Junge! Da liegt's. Wir gehen jetzt nicht außen rum. Wir gehen rein, suchen das... den Wegstern. Sind sogar 23 Gold extra oder so. Wow. Hast du's zu haben? Ja. Ich hab immer noch genug Gold verloren. Puh. Ja, total. Ja, warte, ich komm gleich. Bin hier sowieso gleich, bin hier sowieso gleich fertig. Gehen das Türen, ne? Kann da durchrühren. Kann da durchrühren. So was hält mich nicht auf. Hier ist der, hier ist auch der, der Gold. Klooster, Waypoint der Nächste ist eh schon ins Gefängnis. Also einmal hier alle her. Komma, komm, komm. Laufel, laufel, laufel. Ja, komm schon. Auf. Mit dem draufklicken und aufmachen. Warte mal wieder da. Der hat richtig. Yay. Und zum Lagrieren. Uh, geschafft. Gut. Habt ihr alles? Kleinen Moment noch, eben nochmal kurz. Alle fertig geguckt. Alle fertig gelootet. Nicht weiter killen da. Aber, aber die schießen auf mich. Ignorier es. Ignorier den Schmerz. Auf wen schießt du? Ähm. Ich. Aber es kommt nicht durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es kommt direkt auf mich zu. Es ist ein Yeti. Das Reh ist direkt auf mich zugekommen. Zum Spratz. So. Hat jetzt jeder den Waypoint? Ja. Willst du es machen wir weiter, oder wollt ihr euch verpissen? Ich bin der Fall. Ich sitze an der Tür zu spät. Auf und ziehen. Gib mir meine Tür her. Geil. Robbs, hier bitte deine Tür. So. One down. Hau euch alle runter. Oh, das klappt. Ja, dann gehen wir raus. Ja.